Musik Manche mit dem Aufschlag. Wahnsinn, was ist denn da los? Bombenrückhand, Wang Xi umläuft, zieht dagegen und Gozi einfach aus dem Stand, aus der Mitte den Ball in die leere Vorhand noch in die Ecke reingehauen, herrlich. Stark, stark. Sehr gut aus. Stark. Und 7 zu viel für den jungen Franzosen. Oh, schade. Und dann nutzt ihn direkt. Wunderschön hier zu sehen, was für einen Winkel er spielt. Oh, Simon Gozi gut beobachtet im Spiel von Wang Xi gegen Jack Hanak. Und parallel ziehen wollte. Das man Xi den Tempo übernehmen kann. Stark gegengezogen. Entscheidet sich dann ziemlich spät noch für den Schubfball. Stark. Hey, come on, come on. Hey, come on. Stark. Hey, come on. Mehr als zwei, drei Rückschlagfehler macht direkt. Stark. Eins aus. Eins aus. Sehr unorthodox. Stark. Die Situation erinnert auch erstmal in die Vorhandel. Eben. Das zweite Satz ist erarbeitet. Und sehr ungewöhnlich. Wang Xi macht direkt einen Aufschlagfehler. Simon Gozi. Ja, Moin. Was für ein Aufschlag. Aber wenn dieser Abwehrball auch noch kommt. Oh, das wäre natürlich traumhaft. Stark. Wahnsinn. Parallel verwandeln. Stark. Wahnsinn. So. Versuch mit einem Konter zurückzuspielen. Vielleicht kommt das irgendwann. Oh, schade. Weg vom Ball gewesen. Und schon. Unter. Oh, come on. Oh, come on. Ja, Rückstackfehler. Stark gerückt. Da geht er noch für Wang Xi. Clever gespielt. Langsam. Gut gewartet mit dem Flip. Bang Xi sogar ein bisschen mit den Nopfen an. Das ist halt hinterher zu schauen. Schön variabel war das. Sehr stark. Sehr gut reagiert auf den parallelen Topfchen von Bang Xi. und dann hier auch die weite Vorhand gesehen und ganz, ganz in die Ecke platziert. Was, 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 was wir tun. So. hutin. wahnsinn sehr clever gespielt starker ball von gut gemacht und mit einem glücksball verwandelt er ihn und bringt somit die tdf auf den gleichstand